Die GBN Systems GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 2008 zertifiziert. Im Rahmen eines Überwachungsaudits wurde das bayerische Mittelstandsunternehmen aus dem Kreis Erding von der AllZert Zertifizierungsgesellschaft geprüft. Gemäß Auditplan umfasste die Prüfung die Abteilungen Geschäftsführung, das Qualitätsmanagement sowie die Entwicklung bis zur mechanischen Fertigung. Ziel der Überwachung ist eine Feststellung, ob alle Abläufe im Unternehmen erfasst sind und optimiert werden, Risiken und Abhängigkeiten von Personen und Maschinen erkannt und verringert werden, eine ordnungsgemäße Ausführung jederzeit nachgewiesen werden kann, sowie schließlich Verbesserungsmöglichkeiten erkannt und umgesetzt werden. AllZert Auditor Michael Wagner machte sich ein umfassendes Bild und kommt zu folgendem Schluss. Ja, ich möchte Ihnen hiermit bestätigen, dass Sie im zweiten Überwachungsaudit die Konformität der Norm bestätigen konnten in allen Bereichen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja, ich möchte Ihnen hiermit bestätigen, dass Sie im zweiten Überwachungsaufgaben sind in allen Bereichen. Ja, ich möchte Ihnen hiermit bestätigen, dass Sie im zweiten Überwachungsaufgaben sind in allen Bereichen. Ja, ich möchte Ihnen hiermit bestätigen, dass Sie im zweiten Überwachungsaufgaben sind in allen Bereichen. Ja, ich möchte Ihnen hiermit bestätigen, dass Sie im zweiten Überwachungsaufgaben sind in allen Bereichen. Ja, ich möchte Ihnen hiermit bestätigen, dass Sie im zweiten Überwachungsaufgaben sind in allen Bereichen.